auf die Zusatzpunkte 4 bis 6 sowie 10 bis 12 Beratung mehrerer Vorlagen zur Reform des Bundeswahlrechts. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Ich eröffne die Aussprache und gebe das Wort an Sebastian Hartmann von der SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir stehen alle sicherlich unter dem Eindruck der sehr bewegenden, sehr würdigen Gedenkveranstaltung, die gerade eben im Plenum hier stattgefunden hat. Trotzdem möchte ich sagen, dass wir jetzt den Übergang in ein inhaltliches Thema gehen, in das Wahlrecht. Danke aber noch mal an das Präsidium für die Ausrichtung dieser Gedenkveranstaltung. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit dem Gesetzentwurf zur Wahlrechtsreform legen wir nicht das x-te Reformchen vor oder einen x-ten kleinen kosmetischen Schritt, sondern, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wagen einen großen Wurf. Wir führen den Deutschen Bundestag zukünftig bei allen weiteren Wahlen auf die Regelgröße von 598 Sitzen zurück. Damit lösen wir ein Versprechen des Koalitionsvertrages ein. Auf der einen Seite haben wir die Reformen binnen des ersten Jahres zugesagt, aber auf der anderen Seite erfüllen wir auch eine klare Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger. Eine jüngste Umfrage hat es ergeben, 80 Prozent der Bürgerinnen und Bürger sagen, wir wollen ein faires, ein gerechtes, ein transparentes Wahlrecht, das die Größe des Bundestages nicht stetig ansteigt. Auch diesem Versprechen werden wir gerecht, liebe Kolleginnen und Kollegen! Etwas Weiteres gelingt uns in diesem Haus. Wir zeigen eindeutig, dass wir dieses Verfassungsorgan selbst in der Lage sind, reformfähig zu sein. Wir, die Fortschrittskoalition, die sich vorgenommen hat, dieses Land umfassend zu modernisieren, zu reformieren, zeigen, wir sind selber reformfähig, indem wir aus der Mitte des Bundestages einen Vorschlag für die Reform des Wahlrechts vorlegen. Und darauf, liebe Kolleginnen, können wir stolz sein. Und warum ist eine solche Reform überhaupt notwendig? Lassen Sie uns das noch einmal eingangs deutlich machen. Das Wahlrecht, das wir seit den 50er Jahren kennen, es hat sich verändert, die Parteienlandschaft, das Wahlverhalten. Während es am Anfang zwei große Parteien waren, in denen Direktmandate verteilt worden sind in den Wahlkreisen und eine dritte Partei einen Zug kam, so sind es nun sechs oder sieben Parteien, die konkurrieren um den Einzug in den Bundestag. Und auch die Wahlergebnisse wurden knapper, die in den Wahlkreisen ausgereicht haben, um einen Sitz zu erreichen. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie wir alle wissen, aber nicht jedem im Land schon bewusst ist, führt zu den Überhangmandaten. Wir haben 34 jetzt an der Zahl, und diese 34 Überhangmandate führen zu sagenhaften 104 Ausgleichsmandaten. Der Bundestag ist jetzt mit 736 Mitgliedern so groß wie noch nie zuvor. Und hätte es nicht das CSU-Privileg gegeben, es wären noch 51 Sitze mehr. Und wir zeigen, wir wollen eine echte Reform. Eine echte Reform ist nötig. Und uns gelingt dies, indem wir die Zweitstimme so benennen, zukünftig, wie sie ist. Sie heißt Hauptstimme, denn die Hauptstimme ist die entscheidende Stimme für die Verteilung der Sitze. Und das ist das Sitzplatzkontingent von 598 Sitzen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es wird in diesem Plenum 598 Sitze geben, die fair, gerecht und gleich auf alle Parteien verteilt werden. Und darauf können sich die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land verlassen. Und wenn die Sitze verteilt werden, dann wird in 299 Wahlkreisen gewählt, nicht in 280, wie die verunglückte GroKo-Reform vorsah, nämlich 19 Wahlkreise wegzustreichen, 19 Mal weniger Wahlmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger zu eröffnen, sondern 299 Mal eine Wahlentscheidung im Wahlkreis. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, kombinieren wir, indem wir die verbundene Mehrheitsregel halten, dass verbundene Mehrheiten sich entsteidend dafür auswirken, dass es eine doppelte Legitimation gibt. Zunächst muss der Sitzplatzanspruch entstanden sein für die Partei durch das proportionale Verhältnis. Und so dann wird in den Wahlkreisen geschaut, wer dort Wahlkreiserster ist. Und wenn diese doppelte Legitimation entsteht, dann ist auch im Wahlkreis jeder gewählt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist einfach, es ist fair, es ist gerecht und es ist nachvollziehbar und es bevorteilt keine Partei alleine. Lassen Sie mich aber auch noch eine Sache ausführen zur weiteren Debatte. Wir haben heute die erste Lesung. Wenn wir der Oppositionsfraktion CDU und CSU ein faires Gespräch anbieten und sofort mit wüstesten Beschimpfungen seitens der CSU begonnen wird, von organisierter Wahlfälschung, von Schurkenstaat, dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann verpassen wir die Chance auf eine faire und gerechte Debatte. So kann man in einem demokratischen Rechtsstaat über das vornehme Wahlrecht nicht entscheiden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lassen Sie uns verbal abrüsten. Lassen Sie uns lieber dafür sorgen, dass wir gemeinsam ein faires und gerechtes Wahlrecht vorschlagen. Und im Übrigen ist auch nicht nachvollziehbar, dass wir in einer Wahlrechtskommission so lange an dem Wahlrecht gearbeitet haben, gemeinsam und die Union an einem Grabenwahlrecht festgehalten hat, um vor wenigen Tagen dann erst ihren Vorschlag zu ändern, um durchzusetzen, dass sie doch im System bleiben will, 270 Wahlkreise, eine einseitige Bevorteilung der CDU und CSU, zum Beispiel auch auf Kosten der Linkspartei. Ich bin unverdächtig als Sozialdemokrat, die Linkspartei zu viel zu verteidigen. Aber es kann doch nicht sein, dass der Wahlvorschlag der CDU und CSU vorsieht, die Linke durch die Anhebung der Grundmandatsklausel einfach so im letzten Wahlergebnis folgend aus dem Parlament zu katapultieren. So kann man das Wahlrecht nicht reformieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich lade umgekehrt dazu ein, dass wir tatsächlich das einhalten, was wir den Bürgerinnen und Bürgern versprochen haben. Ein einfaches, ein faires, ein gerechtes Wahlrecht. Ein Prozess, der ein Ergebnis einer Wahlrechtskommission ist, die jetzt fast ein Jahr getagt hat. Ein klares Ziel vor Augen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist der Appell, dass wir das Wahlrecht gemeinsam reformieren und einen Nachweis erbringen, dass wir mutig sind, dass wir uns selbst nicht von den Reformen ausnehmen, sondern ein modernes Wahlrecht schaffen, das den Bürgerinnen und Bürgern echte Wahlmöglichkeiten gibt und endlich mit der Privilegierung einzelner Gruppen aufwirkt. Danken möchte ich den Obleuten der Koalition, Till, Steffen, Konstantin Kuhle. Wir haben Teamwork gemacht, wie wir es in der Ampel üblich haben. Wir freuen uns, wenn wir eine breite parlamentarische Mehrheit gewinnen können. Die Debatte ist eröffnet. Wir freuen uns auf die weiteren Argumente in der Sache und den Respekt voreinander, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dankeschön. Vielen Dank auch noch einmal für die Anmerkungen zur Gedenkstunde. Die werde ich selbstverständlich mit ins Präsidium nehmen. Ich denke, dass uns das emotional alle schon sehr berührt hat, angefasst hat und es immer schwierig ist, dann in der Debatte fortzufahren. Das tun wir jetzt aber dennoch, denn das wird auch von uns erwartet. Als Nächstes erhält das Wort Ansgar Heveling für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! In einer seiner ersten Entscheidung aus dem Jahr 1951 bezeichnete das Bundesverfassungsgericht das Wahlrecht als das vornehmste Recht des Bürgers im demokratischen Staat. Diese Formulierung hat das Gericht bis in die jüngste Rechtsprechung hinein beibehalten. Wenn wir heute in erster Lesung über eine Wahlrechtsreform debattieren, geht es daher nicht allein um die Frage der Größe des Deutschen Bundestages oder um mathematische Fragen der Sitzzahlberechnung. Vielmehr geht es darum, die Wahlentscheidung der Wählerinnen und Wähler in unserem Land so zu respektieren, dass sie in einem reformierten Wahlrecht einen adäquaten Ausdruck finden. In der im Frühjahr des vergangenen Jahres eingesetzten Wahlrechtskommission haben wir uns intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, wie sich die Größe des Deutschen Bundestages in Richtung seiner gesetzlichen Regelgröße von 598 Abgeordneten zurückführen lässt. Dabei hat sich die Ampel schon in einem sehr frühen Stadium auf ein sogenanntes Kappungsmodell festgelegt. Dieses Modell sieht vor, dass die Wählerinnen und Wähler in den 299 Wahlkreisen zwar weiterhin eine Erststimme abgeben können. Ergebnis der Stimmabgabe für einen Direktkandidaten kann aber sein, dass dieser, obwohl er die meisten Stimmen auf sich vereinigt, trotzdem kein Bundestagsmandat erhält. Warum? Weil sich die Mandatsverteilung allein nach dem Ergebnis der Zweitstimmen richten soll. Wenn in einem Bundesland die Zahl der Direktmandate, die einer Partei nach dem Zweitstimmergebnis zustehen, Sitze im Bundestag übersteigt, werden diese gekappt. Das heißt, in den Bundestag ziehen dann nur die Kandidaten ein, die im Verhältnis zu anderen Direktkandidaten die besten Erststimmenergebnisse errungen haben. Direktmandate werden dann also nicht mehr gewonnen, sondern einfach nur noch zugeteilt. Wahlkreise, in denen der Wahlkreissäger nicht über die erforderliche Hauptstimmendeckung verfügt, würden daher verweisen, wären also nicht mehr durch einen Wahlkreisabgeordneten im Bundestag vertreten. Das droht nicht nur den Wählerinnen und Wählern in Baden-Württemberg und Bayern, wo CDU und CSU traditionell die Wahlkreise gewinnen, sondern auch in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, wo viele Wahlkreise an die SPD gehen. Es kann aber auch in vielen anderen Bundesländern für die unterschiedlichen Parteien so geschehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, einer der Sachverständigen der Ampel in der Wahlrechtskommission, der Politikwissenschaftler Joachim Behnke, der dort das Kappungsmodell vehement verteidigt hat, schrieb im Jahr 2012 in der Zeitschrift für Parlamentsfragen, ich zitiere, es widerspricht fundamentalen Fairness-Empfindungen, wenn Wahlkreissäger das Direktmandat nicht erhalten. Nun hat jeder das Recht, seine Ansichten zu ändern, aber dass sich fundamentale Fairness-Empfindungen innerhalb weniger Jahre in ihr Gegenteil verkehren, das sollte doch misstrauisch stimmen. In der Sache halte ich die Aussage jedoch für richtig. Tatsächlich ist es aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger nicht einsehbar, weshalb ein siegreicher Direktkandidat oder eine siegreiche Kandidatin nicht in den Bundestag einziehen sollen, nur weil ein Wahlkreissäger in einem anderen Wahlkreis prozentual mehr Stimmen erhalten hat. Und man kann sich auch fragen, was das bei der nächsten Wahl mit der Wahlbeteiligung macht. Dass aus zahlreichen Wahlkreisen nach dem Ampelmodell künftig kein Direktmandat mehr in den Bundestag gewählt werden würde, betrefe vor allem diejenigen Gegenden, in denen die Wahlkreise stark umkämpft sind. Dass ein Direktkandidat weniger Stimmen holt als andere Kandidaten, liegt aber gar nicht an einer vermeintlichen Schwäche der jeweiligen Kandidatinnen und Kandidaten, sondern dann am großen Konkurrenzdruck. Dieser besteht aber vor allem in den Großstädten sowie in den östlichen Bundesländern. Sehr zu Recht hat der Kollege von Malotki von der SPD aus dem Wahlkreis Mecklenburgische Seelenplatte 1 Vorpommern-Greifswald 2 in der Zeit online darauf hingewiesen, dass gerade die hart umkämpften Wahlkreise wichtig sind für die Demokratie. Das Bundesverfassungsgericht charakterisiert die Wahl ja als einen Integrationsvorgang bei der politischen Willensbildung des Volkes. Wenn nun aber Wählerinnen und Wähler in umkämpften Wahlkreisen keinen Abgeordneten mehr in den Bundestag entsenden können, dann bedeutet das keine Integration mehr. Das ist dann Desintegration. Die Legitimität des parlamentarischen Systems in Deutschland beruht wesentlich darauf, dass die Bürgerinnen und Bürger einen Direktkandidaten für die unmittelbare Vertretung ihrer örtlichen Interessen wählen können. Sie, die Ampel, wollen zwar am personalisierten Verhältniswahlrecht festhalten, verletzen aber zugleich seine grundlegenden Prinzipien fundamental. Wir als CDU und CSU plädieren deshalb für eine Fortentwicklung des bestehenden personalisierten Verhältniswahlrechts. Das heißt konkret die Anzahl der Wahlkreise auf 270 reduzieren, die Größe des Bundestages auf 590 Abgeordnete festlegen, unausgeglichene Überhangmandate im verfassungsrechtlich möglichen Rahmen zulassen und die Grundmandatsklausel auf 5 Wahlkreismandate erhöhen. So lässt sich das personalisierte Verhältniswahlrecht ohne große Brüche fortschreiben. Die Wirkung der Erststimme muss erhalten bleiben, denn Erststimme ist Bürgerstimme. Vielen Dank. Nächster Redner ist für Bündnis 90 Die Grünen Dr. Till Steffen. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Wir reden hier heute im Deutschen Bundestag, weil wir als Fraktionen von SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP einen Gesetzentwurf zur Änderung des Wahlrechts auf den Tisch des Hauses gelegt haben. Dieser Gesetzentwurf ist einfach und fair. Er ist einfach, weil er die Benennung der Stimmen klarzieht. Künftig wird mit der Hauptstimme über die Mehrheitsverhältnisse im Deutschen Bundestag entschieden. Je mehr Hauptstimmen eine Partei erhält, desto mehr Sitze erhält sie aus dem Deutschen Bundestag. 598 Abgeordnete kommen bei jeder Wahl heraus. Da gibt es keine Abweichung. Die Hauptstimme entscheidet dann also darüber, wie viele Mandate jede Partei exakt im Deutschen Bundestag erhält. Die Verteilung auf die Bundesländer ist auch festgelegt. Die ergibt sich aus der Zahl der abgegebenen Stimmen in den jeweiligen Bundesländern. Danach wird verteilt, wie die Sitze der Parteien auf die Bundesländer verteilt werden. Also gibt es gar keine Abweichung zu Lasten oder zu Gunsten einzelner Bundesländer. Das ist anders als im jetzigen Bundestagswahlrecht, wo es durch Überhangmandate, wie es häufiger vorgekommen ist, zum Beispiel der CDU in Baden-Württemberg, weniger Abgeordnete der CDU aus anderen Bundesländern gegeben hätte, als es den Wählerstimmen entsprochen hätte. Also an der Stelle ein ganz einfaches und klares System. Und die Frage, wer wird es dann aus den Bundesländern? Da haben die Abgeordneten, die in den Wahlkreisen angetreten sind, den Vorrang. Die sind nach dem Stimmenverhältnis als erstes dran. Und dann kommen die Kandidatinnen und Kandidaten aus der Liste. Das ist schon das ganze Wahlrecht, was wir vorschlagen. Und es ist auch fair. Es ist fair, weil wir sehr genau darauf geachtet haben, dass wir bei jeder Veränderung, die wir vornehmen, die Wettbewerbschancen der Parteien, die heute im Deutschen Bundestag vertreten sind, nicht verändern. Es bleibt exakt gleich. Das ist uns ein ganz wichtiges Anliegen, was wir mit diesem Vorschlag verfolgen. Und deswegen ganz klares Markenzeichen unseres Vorschlages, einfach und fair. Jetzt kommen wir zu den Ideen der CDU und CSU. Die sind nämlich weder einfach noch fair. Die sind offenbar so kompliziert, dass es Ihnen ja nicht einmal gelungen ist, Ihre Vorschläge hier in Form eines Gesetzesvorschlags auf den Tisch des Hauses zu legen. Seit einem Jahr arbeiten wir intensiv und engagiert. Das fand ich hochinteressant und wertvoll in der Wahlrechtskommission. Da frage ich mich, warum haben Sie die Zeit nicht genutzt, zusammen mit Ihren Expertinnen und Experten einen Gesetzentwurf zu entwickeln? Das scheint schwierig zu sein mit Ihren Vorschlägen. Und ich meine, was haben Sie jetzt hier vorgelegt? Eine Selbstverpflichtung des Deutschen Bundestages. Sie schlagen vor, heute hier zu beschließen, dass wir uns selbst verpflichten. Und wissen Sie, was passiert? Wenn wir das machen, wenn wir das beschließen, nichts. Es passiert gar nichts. Das ist wirklich absolutes Windowdressing, dass Sie einfach so ein bisschen so tun, als würde man was im Wahlrecht ändern. Wenn wir das beschließen, was Sie heute beantragt haben, es passiert einfach gar nichts. Und wenn wir jetzt angucken, wenn wir jetzt angucken, wenn wir denken, okay, wir fangen doch mal neu an in der Wahlrechtskommission. Auf Basis dessen, was Sie vorgelegt haben, würden wir dann ein Gesetz entwickeln. Also eigentlich wollten wir heute soweit sein. Wenn wir das jetzt nehmen als Vorschlag, dann schauen wir uns die Punkte an. Und die sind ja auch unterschiedlich zu beurteilen. Sie schlagen vor, die Zahl der Wahlkreise auf 270 abzusenken. Das ist ein Vorschlag, über den man reden kann. Natürlich. Wir haben in der letzten Wahlperiode mit Linken und FDP vorgeschlagen. 250. Das kann man machen. Das hat eine relative Wirkung. Und wir haben das anhand Ihres Vorschlages mal gerechnet. Wenn man das macht, statt 299 270 Wahlkreise, was erreicht man? Ungefähr 20 Abgeordnete weniger. Das ist also nicht wirklich die Lösung des Problems. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Jetzt kommt ja der zweite Punkt. Der ist ja so spannend, dass nämlich die Überhangmandate nicht mehr ausgeglichen werden sollen. Nämlich, dass die 15 Überhangmandate, die Sie maximal kriegen könnten, nicht ausgeglichen werden. Das führt zu einer dramatischen Verschiebung der Mehrheitsverhältnisse. Und das kann eben dazu führen, dass eine Mehrheit in diesem Lande, dass eine Mehrheit der Wählerinnen und Wähler sich als Minderheit in diesem Parlament wiederfindet. Und das ist der Punkt, wo ich sage, Ihr Vorschlag ist nicht fair. Und das ist ein Pfad, auf den wir uns nicht begeben sollten. Und das ist ein Pfad, der uns erinnert an das, was in den USA leider schon länger Gang und Gäbe ist. Das sogenannte Gerrymandering, also das Zuschneiden von Wahlkreisen nach Mehrheitsverhältnissen. Und auch eine Situation, die natürlich im amerikanischen System angelegt ist, dass die Mehrheit im Volk den einen Kandidaten wählt, aber der andere wird Präsident. Das ist doch kein sinnvoller Beitrag zu mehr Demokratie, sondern das ist ein Beitrag, der dazu führen wird, dass die Leute sich von der Demokratie entfremden, wenn das das Ergebnis ist. Und besonders deutlich, besonders deutlich wird es dann bei dem dritten Vorschlag, den Sie machen, nämlich die Grundmandatsklausel zu verändern. Das ist ja die Klausel, die dafür sorgen soll, dass regional starke Parteien trotz Unterschreiten der 5-Prozent-Hürde trotzdem im Parlament sind. Wir haben ja zwei Parteien, die hier im Parlament sind und nah an der 5-Prozent-Hürde waren. Die Linkspartei knapp darunter, die CSU knapp darüber. So, und jetzt wird es interessant. Jetzt wird es interessant. Die Linkspartei ist dank der Grundmandatsklausel, weil sie drei Direktmandate erzielt hat, hier im Deutschen Bundestag vertreten. Das ist der Sinn dieser Klausel. Die CSU, die wäre darauf auch angewiesen, wenn sie gerade mal unter den 5 Prozent landet, also ein bisschen weniger Prozentpunkte, dann wären sie auch darauf angewiesen, dass die Grundmandatsklausel für sie greift. Für sie wird dann künftig nach ihrem Vorschlag gelten, ja, fünf Grundmandate, das soll dann reichen. Also, die Linkspartei wird rausgeschoben durch ihren Vorschlag. Für die CSU gibt es eine Überlebensrettungsklausel. Das kann doch eigentlich kein fairer Vorschlag sein. Und das markiert, das markiert wirklich in besonders herausragender Weise, das markiert in besonders herausragender Weise den Kern des Problems der Debatte, die hier in den letzten zehn Jahren geführt wurde. Es gab wirklich Fraktionsvorsitzende der CDU und CSU, die hier mit Vorschlägen aufgetreten sind, einen Bundestagspräsidenten, der hier Vorschläge gemacht hat. Es gab breite Debatten. Alle haben debattiert. Auch in der CDU wurde ernsthaft gerungen. Und am Ende kommt die CSU und sagt, nee, mit uns nicht. Und dann sollen sich immer alle nach der CSU richten. Nein, es kann nicht so sein, dass Kleinstparteien hier im Deutschen Bundestag verhindern, dass wir zu durchgreifenden Reformen kommen. Wir machen einen Vorschlag, den wir auf den Tisch des Hauses legen, der auch kleinen Parteien gerecht wird. Wir finden auch für die CSU ist es richtig, dass es künftig die Grundmandatsklausel gibt. Deswegen halten wir daran fest, auch wenn das verfassungsrechtlich nicht zwingend ist. Das haben wir sehr deutlich ergründet. Das kann man auch abschaffen. Aber wir sagen, wir bleiben dabei, weil wir wollen die Chancen für die Linkspartei und für die CSU nicht verschlechtern, hier an der Mehrheitsbildung im Deutschen Bundestag teilzuhaben. Und wir haben ja gute Gespräche geführt, auch jetzt die letzten Tage. Wir haben gesagt, was wir an Ihren Vorschlägen schwierig finden, was auch interessant ist. Wir haben auch deutlich gemacht, wo wir bereit sind zu sprechen, über Veränderungen. Das machen wir ja auch jetzt in den nächsten Tagen und Wochen. Aber eines sage ich Ihnen, dieser Gesetzgebungsprozess für die Verkleinerung des Bundestages, dieser Gesetzgebungsprozess, der wird ein Ergebnis haben, und zwar die wirksame Verkleinerung des Deutschen Bundestages. Wir machen das jetzt. Nächster Redner ist für die AfD-Fraktion Albrecht Glaser. Frau Präsidentin! Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Das Problem der unkontrollierten Größe des Deutschen Bundestages beschäftigt die Politik, die Bürgerschaft und die Wissenschaft schon einige Jahre. Die Parteienstruktur der frühen Bundesrepublik hatte sich spätestens mit der Gründung der AfD so stark verändert, dass zunehmend Direktmandate mit relativer Mehrheit gewonnen werden konnten. Anlässlich der Aufhebung einer Wahlrechtsreform von CDU und FDP wegen Verfassungswidrigkeit, davon verstehen ja bestimmte Parteien viel hier in diesem Raum, im Jahre 2012, stellte das Bundesverfassungsgericht die Forderung auf, errungene Überhangmandate im Unterschied zu früher weitgehend durch zusätzliche Ausgleichsmandate zu kompensieren. Dass die endgültige Sitzverteilung im Bundestag dem Verhältnis der Zweitstimmen der Parteien zueinander entspricht. Dies führte 2013 zu insgesamt 631 Mandaten, also 33 mehr als die gesetzliche Festlegung von 598. Bei der Bundestagswahl 2017 entstanden 111 überzählige Mandate. Mit weiteren Steigerungen für die Zukunft war zu rechnen, die dann auch 2021 mit 138 Mandaten eingetreten ist. Diese Überzahl an Abgeordnetenmandaten von fast 25 Prozent bedeutet eine Verwässerung der Stimmbasis der regulären Zahl. Das ist in Fachkreisen ein entscheidender Punkt, um die demokratische Legitimität dieses Instituts kritisch anzuschauen. Es entstand ein adipöser Bundestag, wie ein Rechtsprofessor diesen Zustand nannte. Diese Entwicklung veranlasste den damaligen Präsidenten Schäuble unmittelbar nach Zusammentritt des Parlaments 2017, eine interfraktionelle Arbeitsgruppe einzuberufen, um Lösungsmöglichkeiten für eine Wahlrechtsreform auszuloten. Wir haben bis Frühjahr 2019 einmal wöchentlich getagt. Dem Präsidenten unterstelle ich die besten Absichten. Ob seine Fraktion ihn stützte, darf man in Zweifel ziehen. Die Vertreter der beiden größten Fraktionen haben nur Verhinderungsdiskussionen betrieben. So viel wird man aus der Runde erzählen dürfen. Gestern war hier wiederholt die Rede von der materiellen staatlichen Unterstützung, welche die Parteien verdienen. Von der Pflicht der Parteien, das Gemeinwohl zu unterstützen, war gestern leider nicht die Rede. Im September 2019, nach dem Scheitern der Schäuble-Runde, äußerten sich 102 Staatsrechtslehrer öffentlich zur Handlungsfähigkeit der Politik. Sie schrieben, ich zitiere mit der Erlaubnis der Frau Präsidentin, In Sorge um das Ansehen der Demokratie appellieren wir an den Bundestag, die Reform alsbald in Angriff zu nehmen. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, viele Abgeordnete würden zögern, weil das eigene Hemd ihnen wichtiger sei als der Rock des Gemeinwohls. Davon konnte man viel spüren. Wie wahr? Die Vertreter der drei damals kleineren Parteien haben zu Recht die GroKo-Parteien kritisiert, jedoch selber nichts beigesteuert. Außer der Idee der Verkleinerung der Zahl der Wahlkreise von 299 auf 250. Davon wollen Sie heute ja auch nichts mehr wissen. Intellektuell nicht sehr anspruchsvoll. Dies war weder eine systemische Lösung, weil die Überhangmandate gar nicht ausgeschlossen sind durch diese Absenkung, gilt auch für das, was die CDU heute vorgelegt hat, also keine systemische Lösung, noch die Sache der funktionierenden Wahlkreise dienlich ist wegen dann entstehender Megawahlkreise, die natürlich ihre demokratische Legitimation sozusagen für die Direktgewählten ausdünnen. Uns, der AfD-Fraktion, wurde schnell klar in der Schäupezeit, dass bei dem hergebrachten und in der Fachwelt geschätzten personalisierten Verhältniswahlrecht eine Problemlösung nur durch den Wegfall der Überhangmandate hergestellt werden kann. Genau dazu haben wir ein Modell entwickelt und dies als Sachantrag Drucksache 19 20602 am 1. Juli 2020 in den Geschäftsgang gebracht und am 3. Juli im Plenum diskutiert. Seine Eckpunkte waren, ganz kurz und etwas zusammengefasst, Einhaltung der Regelngröße von 598. Also, keiner hat das neu entdeckt. Wir haben es vorgeschlagen. Begrenzung der Direktmandate auf eine Zahl, welche die Mandatszahl, die einer Partei über die Listenwahl zusteht, nicht überschreitet. Ganz neue Entdeckung. Mehr Zweitstimmen als bisher, um einzelne Bewerber auf den Landeslisten zu kennzeichnen und damit Einfluss auf die Reihefolge der Bewerber zu gewinnen. Das wäre ein demokratischer Fortschritt. Man nennt das die sogenannte offene Listenwahl. Aber so viel Demokratie ertragen sie nicht in diesem Hause. Die drei kleinen Parteien hatten den schlichten Vorschlag der Absenkung der Zahl der Wahlkreise erneut eingebracht und behauptet, dies sei der einzige beschlussfähige Gesetzentwurf. Der wurde von der GroKo abgelehnt und unser Strukturvorschlag natürlich von allen anderen. Am 29. September 2020 hat die AfD Dallas Drucksache 19 22894 einen durchformulierten Gesetzentwurf vorgelegt, der heute in leicht veränderter Form wieder auf der Tagesordnung steht, der alles enthält, was im heutigen Koa-Entwurf als eigenes Konzept angepriesen wird, meine Damen und Herren. So viel zum Thema Flackenzeichen und ich weiß nicht, was da immer wieder an Selbstlob entsteht. Zusätzlich steht in der Tat bei uns die offene Listenwahl, auf die wir nicht verzichten werden. Und irgendwann werden wir die auch noch in der Politik in Deutschland haben. Einen Tag vor der Beratung der Wahlrechtsfrage in der aktuellen Reformkommission verkündeten drei autorisierte Vertreter der Ampel am 18.05. 2022 in einem offenen Brief in der FAZ unseren Vorschlag als eigene Idee. Damit haben Sie zugleich die Wissenschaftler der Kommission zu Statisten erklärt. Schnöde und gemein. Das ist wissenschaftliche Beratung in der Bundesrepublik Deutschland, meine Damen und Herren. Wir freuen uns natürlich über die Tatsache, dass die AfD zum ersten Mal im Bundestag in einer wichtigen Frage der Organisation von Demokratie eine Mehrheitsentscheidung für ihr Konzept erhalten wird, weil es kein besseres gibt. Wunderbar. Herzlichen Dank. Wir teilen allerdings der Öffentlichkeit auch mit, dass die Dreistigkeit des geistlichen Diebstahls und die Verschlagenheit, mit der diese Wahlrechtsreform als eigene geistige Leistung verkauft wird, in der Geschichte dieses Parlaments wahrscheinlich einmalig ist. Wir weisen ganz nebenbei darauf hin, dass im Herbst 2020 hätten Sie unseren Vorschlag damals zugestimmt, 2 Milliarden Euro an Kosten erspart worden wären für diese 20. Legislatur. Es war also nur eine Frage der frühen Einsicht, aber nicht eine Frage des bösen oder guten Willens. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist für die FDP-Fraktion Konstantin Kuhle. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ende des vergangenen Jahres 2022 feierte der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sein 50-jähriges Jubiläum als Mitglied des Deutschen Bundestages. Und dafür gebührt ihm zu Recht die Anerkennung und der Respekt des ganzen Hauses. Angesichts dieser immensen Dauer der Parlamentszugehörigkeit von Wolfgang Schäuble muss man sich aber noch mal klarmachen, dass eine Parlamentszugehörigkeit von 50 Jahren nicht der Regelfall ist. Die durchschnittliche Dauer der Parlamentszugehörigkeit in Deutschland liegt bei ungefähr zwei Wahlperioden, also etwa acht Jahren, nicht 50 Jahren. Und bei allen Diskussionen über das Wahlrecht und über die Größe des Parlaments sollten wir das nicht vergessen. Parlamentarische Demokratie ist ein Mandat auf Zeit. Und deswegen sollte man auch, wenn man über die Verkleinerung des Parlaments spricht, nicht das Wahlrecht so ausgestalten, dass man sein eigenes Mandat behält, sondern man sollte das Wahlrecht so ausgestalten, dass es der Akzeptanz und dem Ansehen der parlamentarischen Demokratie nützt. Wenn man jetzt eine Diskussion darüber führen will, den Bundestag zu verkleinern, unser Wahlrecht zu reformieren, dann steht man vor einem Dilemma. Es ist nämlich so, dass man nicht alle Erwartungen, die viele Menschen mit Blick auf das Wahlrecht in Deutschland haben, gleichzeitig erfüllen kann. Die erste Erwartung ist, eine Partei soll nur so viele Sitze im Parlament haben, wie es dem Wahlergebnis entspricht. Wir haben ja in Deutschland ein Verhältniswahlrecht, und deswegen richtet sich die Sitzzahl einer Partei nach dem Ergebnis der Zweitstimmen. Nicht ohne Grund steht schon heute oben rechts auf jedem Stimmzettel zur Bundestagswahl der Zusatz, die Zweitstimme ist die maßgebende Stimme für die Verteilung der Sitze insgesamt auf die einzelnen Parteien. Schauen Sie mal nach, es steht wirklich auf dem Stimmzettel zur Bundestagswahl drauf. Die zweite Erwartung ist, Deutschland ist ein föderaler Staat, und der föderale Staatsaufbau soll sich auch bei der Organisation von Wahlen und bei der Organisation von Parteien niederschlagen. Es gibt eben Landeslisten und keine Bundesliste. Es gibt sogar Parteien, die treten nur in einem einzigen Land an. Das soll so bleiben, das soll weiter möglich sein, denn der Föderalismus, so eine ganz wichtige Erwartung an das Wahlrecht, der soll sich auch bei der Organisation von Wahlen niederschlagen. So, die dritte Erwartung ist, jeder Wahlkreis soll einen direkt gewählten Abgeordneten haben. Ja, das hat einen Wert an sich. Deutschland hat schon heute ein Verhältniswahlrecht, aber diese Verhältniskomponente, sie ist ergänzt um eine Komponente der Personalisierung. Mit der Erststimme können die Menschen in den Wahlkreisen für einen Teil der nach der Verhältniswahl vergebenen Sitze bestimmen, welche Person diesen Sitz besetzt. Deswegen heißt es personalisiertes Verhältniswahlrecht. Und nicht, weil erst die Wahlkreissitze besetzt werden und dann der Rest, sondern erst werden die Gesamtsitze zugeteilt und dann für einen Teil dieser Sitze entschieden, welche Person aus den Wahlkreisen es ist. Diese dritte Erwartung wird von vielen Menschen formuliert und Sie, liebe Kolleginnen von CDU und CSU, machen zu Recht darauf aufmerksam, dass es diese Erwartung gibt. Die vierte Erwartung, man weiß vor der Wahl, wie groß der Bundestag nach der Wahl ist. In allen Ländern auf der Welt weiß man das. Fast allen Ländern weiß man das. Nur in Deutschland kann man das vorher nicht sagen. Und das ist auch die Erwartung, die wir momentan nicht erfüllen. Denn man kann denklogisch nicht alle vier Erwartungen gleichermaßen erfüllen. Zweitstimmenproporz, Föderalismus, jeder Wahlkreis mit direkt gewähltem Abgeordneten und die feste Größe ist garantiert. Das sind die vier Erwartungen, die ich formuliert habe. Und es ist schlichtweg nicht möglich, alle gleichzeitig zu erfüllen. Wir machen das momentan in einer Weise, dass wir die Größe nicht garantieren und dass der Bundestag immer weiter aufwächst. Warum wächst er immer weiter auf? Er wächst, weil sich unsere Gesellschaft und weil sich unser Parteiensystem verändert und verbreitert. Es gibt nicht mehr allein zwei große Parteien, die alle Wahlkreise gewinnen und die diese Siege mit einem entsprechenden Zweitstimmenergebnis unterlegen können. Wenn man das Wahlergebnis trotzdem in der Sitzverteilung abbilden will und jeden Wahlkreis direkt vertreten sein will, dann muss das Parlament immer größer werden. Und je weiter sich das Parlament verändert, je weiter sich das Parteiensystem verändert und verbreitert, desto mehr Ausgleichsmandate braucht man, um die Überhangmandate der Parteien auszugleichen. Aus dieser Spirale kommt man nicht heraus. Der Bundestag wird immer größer. Und das beschädigt das Ansehen und die Akzeptanz der Demokratie, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deswegen legt die Ampelkoalition Ihnen heute einen Gesetzentwurf vor, mit dem die Erwartung, die Größe des Parlaments einzuhalten, sicher erreicht werden kann. Wir schlagen vor, dass eine Partei nur so viele Sitze erhalten kann, wie ihr nach dem Wahlergebnis zustehen, für den Fall, dass eine Überhangsituation eintritt. Also der Fall, dass eine Partei in einem Bundesland in mehr Wahlkreisen die stimmstärkste Person stellt, als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis zustehen, sind die Bewerber mit den relativ schwächsten Erststimmenergebnissen nicht gewählt. Und das ist der wichtige Punkt. Sie sind in diesem Fall nicht gewählt. Es geht nicht darum, jemandem, der schon gewählt ist, etwas wegzunehmen, sondern das Wahlrecht definiert ja gerade, wer gewählt ist und wer nicht. Und es ist auch völlig normal, dass an eine Wahl mehr als eine Bedingung geknüpft werden. Bei einer Bürgermeisterwahl in Deutschland, in vielen Bundesländern, in den meisten Bundesländern, da müssen Sie zwei Bedingungen erfüllen. Sie müssen mehr Stimmen haben als die anderen und Sie müssen mehr als 50 Prozent der Mandate haben. Bei einer relativen Mehrheit zu sagen, der Bürgermeister ist jetzt aber gewählt, das kommt keiner Kommunalwahlordnung in den Sinn. Das gab es mal für ein paar Jahre in NRW, in Niedersachsen auch mal, wurde aber wieder geändert. Niemand käme auf die Idee, die Bundesländer, die das so regeln, als Schurkenstaaten zu bezeichnen. Völlig absurd. Das ist das geltende Wahlrecht. Das machen wir überall so. Und ob jemand gewählt ist oder nicht, das richtet sich gerade nach dem geltenden Wahlrecht. Und wenn das, was die Ampelkoalition heute vorschlägt, ein beispielloser Bruch wäre, wenn das so wäre, wenn also tatsächlich immer nur der Direktgewählte, der entscheidende Vertreter des Wahlkreises ist, ja dann müsste doch eigentlich bei jedem ausscheidenden Direktgewählten Abgeordneten eine Nachwahl im Wahlkreis stattfinden, oder, Jürgen Trittin? Das tut man aber nicht, sondern der Nachrücker, der kommt von der Liste. Und in unserem Wahlkreis in Göttingen, wo ist Fritz Günzler, der Dritte im Bunde, sind wir jetzt nur noch drei über die Liste gewählte Abgeordnete. Jürgen Trittin, Fritz Günzler und meine Person. Weil Andreas Filippi, der direkt gewählte SPD-Kollege, vor ein paar Tagen Sozialminister in Hannover geworden ist. Nachgerückt ist aber niemand aus Göttingen. Es ist jemand nachgerückt aus Zelle. Wissen Sie, wie weit das ist, von Göttingen nach Zelle? Das sind 150 Kilometer. Die Entfernung zwischen Göttingen und Zelle ist ungefähr so weit, wie die Entfernung zwischen München und Nürnberg. Das muss man sich mal vorstellen. Und deswegen, ich wünsche dem neuen Kollegen Mender alles Gute, ist eines völlig klar, auch die über Liste gewählten Abgeordneten sind vernünftige Vertreter Ihres Wahlkreises, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es gibt übrigens in dem vorliegenden Antrag der Union einige sehr gute Punkte, etwa den Vorschlag, das Verhältnis von Wahlkreis- und Listenmandaten zu verändern. Denn je mehr Listenmandate auf eine bestimmte Anzahl an Überhangkonstellationen treffen, umso unwahrscheinlicher wird nach dem Ampelmodell die Nichtzuteilung von Wahlkreismandaten. Lassen Sie uns darüber reden. Lassen Sie uns dieses Gespräch weiterführen. Und da sind einige sehr gute Vorschläge ja in dem Unionsantrag auch enthalten. Eine Sache ist mir aber beim Blick in den Unionsantrag dann doch aufgefallen, weil da stehen ja ein paar Zahlen drin. Es steht aber drin, dass die Zahl der unausgeglichenen Überhangmandate auf das verfassungsmäßig zulässige Maß erhöht werden soll. Aber die Zahl 15 erwähnen Sie gar nicht. Könnte es sein, dass, weil Sie von einer Regelgröße von 590 sprechen, die Zahl eigentlich unter 15 liegen müsste? Und könnte es sein, dass die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auf das alte Wahlrecht, auf das neue gar nicht anwendbar ist? Und daran sieht man schon, wenn Sie anfangen, an der Regelgröße in dieser Weise rumzuschrauben und dann unausgeglichene Überhangmandate einzusacken, dann kommen Sie in Teufelsküche. Das ist nicht zu machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deswegen möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Till Steffen, bei Sebastian Hartmann, auch bei Ansgar Heveling, bei allen Vertretern der Union. Es wäre, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Gewinn für die Demokratie, wenn wir mit einer breiten Mehrheit in diesem Hause ein neues Wahlrecht beschließen würden. Ich fände es auch einen Gewinn, wenn wir dieses Wahlrecht eines Tages in die Verfassung schreiben würden. Ich glaube, dass die vorliegenden Vorschläge der Ampel besser sind. Ich glaube aber, dass wir auf einem sehr guten Weg sind, uns hier vielleicht auch mit der Union zu einigen. Lassen Sie uns bitte einen gemeinsamen Weg finden, auch mit der Union die Akzeptanz und das Ansehen der Demokratie zu befördern. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist für die Linke Susanne Hennig-Welsow. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Abgeordnete! Ich würde sagen, die Diskussion hat bis jetzt schon gezeigt, dass wir heute um nicht weniger reden als um eine Operation, eine Hauptschlagader der Demokratie. Und das sollte uns doch etwas nachdenklicher machen. Wir wissen, dass das Wahlrecht komplex ist. Und umso wichtiger ist es tatsächlich, dass wir Wege finden, wie wir den Willen der Wählerinnen und Wähler bestmöglich umsetzen. Wirklich unverständlich ist es dann, wenn aus bestimmten Ecken partei-egoistisches Geschrei kommt, weil das hier nichts zu suchen hat. Zumal dieses Hohe Haus hier in einer Bringerschule steht. Und über die Begrenzung des Anwachsens der Abgeordnetenzahl reden wir ja nicht erst seit gestern. Paragraf 1 des Bundeswahlgesetzes verpflichtet uns dazu. Und wenn wir Bürgerinnen und Bürgern und von ihnen erwarten, Gesetze und Regeln einzuhalten, dann gilt es für uns umso mehr. Versuche, das in der Vergangenheit durch Veränderungen wieder hinzubekommen, haben bisher nicht gefruchtet. Es ist schon ausreichend daran erinnert worden, woher der Widerstand kam aus den Reihen der Union. Die Mehrheit in diesem Lande möchte übrigens, dass keine Partei über das Wahlrecht bzw. das Wahlsystem einen Vorteil gegenüber anderen Parteien hat, sagt die Bertelsmann-Stiftung. Nun legt die Union hier erneut einen Vorschlag vor, der zu einer fortbestehenden einseitigen Bevorzugung führen würde, und zwar ihrer. Dem kann man nun weiß Gott nicht zustimmen, und da habe ich noch gar nicht darüber gesprochen, möglicherweise faktisch die Grundmandatsklausel zu kippen. Sehr geehrte Damen und Herren, auch der Minikompromiss aus Krokodzeiten hilft nicht, auf dem Weg, den Bundestag von 736 Abgeordneten auf 598 und damit auf die gesetzliche Größe zu bringen. Deshalb ist es zu begrüßen, dass die Ampel nun einen Vorschlag unterbreitet hat, der unsere Wahlgrundsätze, Verfassungsmäßigkeit und Gerechtigkeit der Regelung vereinen möchte. Für mich geht dieser Vorschlag in eine richtige Richtung. Die Linke setzt sich seit Längerem für Reform des Wahlrechts ein. Wir haben in der Wahlrechtskommission darüber diskutiert, wie wir die für die Demokratie so wichtigen Regeln erneuern und auf die Höhe der Zeit bringen können. Ehrlich gesagt, es hätte der Bedeutung des Themas insgesamt besser entsprochen, wenn die Ampel mit ihrem Vorschlag gewartet hätte, bis der Abschlussbericht der Kommission da gewesen wäre. Und möglicherweise hätten Sie ja einiges an Ihrem Gesetz nicht ausgespart, was wir jetzt beantragen. Denn es fehlt erstens die Repräsentation von Frauen ist immer noch sehr gering. Wir sind in diesem Parlament maximal ein Drittel. Und das ist nicht weiter zu akzeptieren. Wir leben im Jahr 2023. Und solange, wie sich das nicht in einem Wahlrecht wiederfindet, werden wir dieses Plenum immer wieder dazu zwingen, sich mit diesem Thema zu befassen. Zum Zweiten, Millionen unserer Nachbarinnen und Nachbarn dürfen nicht wählen, weil es immer noch kein modernes Auswendungswahlrecht auf Bundesebene gibt. Und es geht dabei um etwa 10 Millionen Menschen, die länger als fünf Jahre in diesem Land leben, die nicht wählen dürfen, die Steuern zahlen und trotzdem, obwohl sie nicht wählen können, alle politischen Entscheidungen auch aushalten müssen. Und wenn ich über diese Menschen rede, dann trifft das einen erheblichen Teil der modernen Arbeiterschicht. Und wir reden immer davon, wir sollen die Arbeiterinnen und Arbeiter besser in die Politik integrieren. Dann machen wir es doch. Schaffen wir ein Ausländerwahlrecht für die Bundestagswahl. Und drittens senken wir das Wahlalter auf 16 Jahre ab. Wir treffen hier Entscheidungen für die Zukunft. Aber die Menschen, die es betrifft, können nicht mitbestimmen. Das gehört geändert. Ich denke, man kann den Menschen und den jungen Menschen in dieser Zeit das Vertrauen geben, dass sie ihre Entscheidung treffen können, weil sie auch all das, was wir hier an Folgen für unsere Entscheidung produzieren, auch unsere Fehler aushalten müssen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort erhält für die SPD-Fraktion Marianne Schieder. Liebe Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Seit vielen Jahren wird über ein neues Wahlgesetz diskutiert. Und bereits in der letzten Legislaturperiode wollten wir zu einer Lösung kommen. Aber das war mit der CSU nie möglich. Und die Union ließ sich treiben, frei nach unserem bayerischen Volksschauspieler Karl Valentin. Mögen hätten wir schon gewollt, aber dürfen haben wir uns nicht getraut. Aber Sie wissen, liebe Kolleginnen und Kollegen der CSU, die Aufgabe muss gelöst werden. Aber statt konstruktiv und ernsthaft sich einzubringen, werfen Sie mit Begriffen um sich, die in einer ordentlichen Debatte und zu einem vernünftigen Gesetzentwurf nichts, aber auch gar nichts zu sagen haben. Und auch ich möchte noch einmal deutlich betonen, dass der Generalsekretär der CSU hier von organisierter Wahlfälschung und einem Schurpenstaat spricht. Das geht gar nicht. Und er sollte sich schämen und entschuldigen für so einen groben Unfall. Aber jetzt kommt Herr Kollege Dobrindt mit einer Kampagne unter dem Motto Rettet die Heimatstimme um die Ecke und mit einem Vorschlag der Union, der schon auf den ersten Blick wieder total durchschaubar ist und besser den Titel Gott erhalts Hopfen und Malz tragen könnte. Und ich sage hier, da ist Hopfen und Malz verloren, liebe Kolleginnen und Kollegen der CSU. Sie kochen immer wieder ihr eigenes Süppchen. Und das geht nicht. Das wird uns nicht weiterbringen. Der Vorschlag ist schon dargestellt worden. Die Verringerung der Wahlkreise bis zu 15 Überhangmandate nicht ausgleichen. Das ist ein Vorschlag, der einfach nicht machbar ist. Und liebe Kolleginnen und Kollegen der CSU, das wissen Sie auch. Denn dieser Vorschlag dient wieder nur einem, nämlich dem Vorteil der CSU. Und das können wir nicht durchgehen lassen. Die Ampel legt jetzt einen Vorschlag auf den Tisch. Unser Gesetzentwurf ist eine gute Lösung. Dennoch aber kann ich nicht verschweigen, dass wir Sozialdemokratinnen es uns gewünscht hätten, dass wir in Fragen der Parität weiterkommen. In diesem Deutschen Bundestag müssten genauso viele Frauen sitzen wie Männer. Denn mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist weiblich. Und davon sind wir weit entfernt. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Und alle Parteien haben es in der Hand, auch selber dazu beizutragen, dass es hier zukünftig einen Anteil von 50 Prozent Frauen geben kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen der CSU, und das sage ich wirklich auch als Einwohnerin des Freistaats Bayern, machen Sie uns nicht weiter hier lächerlich, sondern bringen Sie gut gemeinte und konstruktive Ideen in dieses Gesetzgebungsverfahren ein. Und bringen Sie nicht nur Vorschläge, die der CSU dienlich sind und sonst keinen. Vielen Dank. Das Wort erhält Philipp Amthor für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist zu Beginn dieser Debatte dann doch wirklich noch mal nötig, nach den Vorhalten, die wir hier aus der Ampel gehört haben, mit einigen Mythen aufzurollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir waren nie als CDU-CSU gegen eine Verkleinerung des Deutschen Bundestages, sondern wir waren dafür. Und wir haben dafür auch nicht nur einen, sondern etliche Vorschläge gemacht, die Sie nicht hören wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das gehört zur Wahrheit. Und ich will Sie auch daran erinnern. Es sind Ihre Fraktionsvorsitzenden gewesen, die vertraulich und exklusiv an Friedrich Merz einen Brief geschrieben haben, um Kompromissverhandlungen gebeten haben. Wir haben daraufhin Vorschläge gemacht. Und angesichts Ihrer Vorträge heute müssen nicht wir uns nach unserer Kompromissfähigkeit fragen, sondern Sie nach Ihrem Kompromiss willen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn es gehört schon zur Wahrheit, wenn Sie Verhandlungen anbieten, dann müssen Sie auch für Ihre Vorschläge kompromissbereit sein. Und deswegen will ich die Gelegenheit schon noch nutzen, auch konstruktiv anhand von zwei plastischen Beispielen zu erklären, was uns an Ihren Vorschlägen stört, was sich ändern muss, damit wir einen Kompromiss finden können, der im Zweifel auch verfassungskonform ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, für uns ist klar, die Bürgerstimme muss auch in Zukunft eine nachvollziehbare Heimatstimme bleiben. Ihr Kappungsmodell geht davon aus, dass Wahlkreise in Zukunft nicht mehr gewonnen, sondern zugeteilt werden. Und ich frage mich schon, was ist das für ein Verständnis der Unmittelbarkeit der Wahl, wenn nicht der Wähler mit seiner Stimme zuteilt, wer in einen Wahlkreis kommt, sondern eine von Ihnen erdachte Rechenoperation, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie wollen, dass ein Kandidat am Sonntag in das Rathaus geht, feiert mit seinen Wahlhelfern und sagt, ich habe gewonnen, wir haben die meisten Stimmen in unserem Wahlkreis erzielt. Und am Montag gibt es dann vielleicht den Anruf des Bundeswahlleiters, der dann sagt, ätschepätsch, so funktioniert es nicht. Sie haben zwar die meisten Stimmen, aber Sie werden nicht Mitglied des Bundestages. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das kann niemand nachvollziehen. Wer einen Wahlkreis gewinnt, der muss in den Deutschen Bundestag einziehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Kollege Amthor, erlauben Sie eine Zwischenfrage vom Abgeordneten Steffen? Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Amthor. Sie haben ja auch Jura studiert. Und in der Vorlesung Staatsrecht I wird man ja durchaus auch herumgeführt durch die verschiedenen Wahlsysteme, die wir auch in der Bundesrepublik Deutschland haben. Und jetzt ist es ja in dem sehr geschätzten und geliebten Bundesland Bayern so, dass auch die Parteien konkurrieren können um Wahlkreismandate und um Listenmandate. Und es ist ja nicht so, dass sich nur diejenigen um Wahlkreismandate bewerben können, die dann am Ende zu CSU oder SPD oder Grünen oder FDP gehören. AfD und Freie Wähler haben wir da auch im Landtag, sondern auch diejenigen, die anderen Parteien angehören. Und wenn die dann die meisten Stimmen haben in so einem bayerischen Wahlkreis, was passiert dann mit denen? Dann ist es ja so, dass sie am Ende gar nicht im Landtag sein dürfen. Die kriegen das Mandat dann eben nicht zugeteilt. Würden Sie jetzt sagen, gerade in Bayern ist das Thema, das hat mich auch noch mal interessiert, wo Sie das finden in der Verfassung mit der Heimatstimme und der Bürgerstimme, würden Sie sagen, gerade in Bayern wird das Recht, dass tatsächlich diese Stimme, die im Wahlkreis abgegeben wird, sich auch im Bayerischen Landtag wiederfindet, in besonderer Weise mit den Füßen getreten? Lieber Herr Kollege Steffen, sehr schön, dass Ihre Erinnerungen zurückreichen an Ihre Staatsrechtsvorlesungen. Noch schöner wäre es, wenn Sie zurückreichen würden. Sie waren noch nicht dabei an die vergangene Wahlperiode. Denn da haben wir zur Begründung des Kappungsmodells, das damals noch die AfD vor allem vertreten hat, aber auch Teile der SPD, immer wieder diese Referenz gehört, ja, es gebe doch das bayerische Wahlrecht. Und das sei doch ein vergleichbarer Fall. Ich stelle herzlich gerne die Protokolle der vergangenen Wahlperiode noch mal zur Verfügung, dass diese Vergleichbarkeit eben nicht gegeben ist, aus dem klaren Grund, dass das Wahlrecht in Bayern an der Stelle ein ganz anderes ist und die Nichtzuteilung des Direktbandates wird hier verknüpft im personalisierten Verhältniswahlrecht. Ja, im personalisierten Verhältniswahlrecht wird sie verknüpft zwischen Erst- und Zweitstimme. Das ist aber etwas anderes als das System der fehlenden Hauptstimmdeckung. Diese Vergleichbarkeit, die konnten Sie noch nie belegen, und das geht auch mit dieser Finte nicht. Und ich sage Ihnen eins, judex non calculat heißt es ja oft. Ich werde Ihnen jetzt aber erklären, warum Sie doch noch Rechenfertigkeiten brauchen. Dieser Vergleich geht jedenfalls fehl, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das bayerische Wahlrecht ist dort nicht zu vergleichen. Und ich sage Ihnen, was Sie wollen. Sie wollen eine Wahlkreiswahl, in der Sie Wahlkreise als Wahlkreise bezeichnen, es am Ende aber gar keinen Wahlkreis-Sieger gibt. Ich finde, solche Wahlkreise haben den Namen Wahlkreis nicht verdient, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt will ich Ihnen das aber, jetzt will ich Ihnen das mal erklären, nicht aus unserer Betroffenheit, sondern aus Ihrer Betroffenheit. Ich werde jetzt ein Beispiel wählen, damit Sie Ihr neues System mal verstehen, vor allem in Richtung der Kollegen der SPD. Ich möchte mir mit Ihnen mal die SPD in Bremen anschauen. Es gibt in Bremen zwei Wahlkreise. Beide wurden von der SPD gewonnen. Kollegin Reglewski und Kollege Uwe Schmidt, ich weiß nicht, ob die beiden hier sind, es könnte für Sie interessant werden. Denn beide Kollegen haben ihre Wahlkreise gewonnen. In Bremen gibt es nach ihrem Modell aber nur die Hauptstimmendeckung für einen Wahlkreis. Deswegen ist es dann wie im Wilden Westen. Es kann nur eingeben, Reglewski oder Schmidt, wer zieht in den Deutschen Bundestag ein? Der Kollege Schmidt hat 36,9 Prozent erzielt, die Kollegin Reglewski 30,2 Prozent. Dann sagt man nach ihrem Modell, ja, ist doch klar, der Schmidt zieht ein, Frau Reglewski bleibt zu Hause. Dummerweise hat sie aber 56.000 Stimmen geholt und Herr Schmidt nur 52.500. Das heißt, die Kollegin, die in Bremen von allen Direktkandidaten die meisten Stimmen gewonnen hat, die muss zu Hause bleiben. Und wer anders gewinnt, das kann doch nicht ihr Ernst sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das Absurde an ihrem System ist, damit Frau Reglewski in den Bundestag einzieht, braucht sie nicht eine Stimme mehr als Herr Schmidt, sondern sie braucht 16.500 Stimmen mehr. Das ist ein 500-Meter-Rennen, bei dem der eine auf 1,100 m startet und die andere auf der Startposition. Dass das nicht fair ist, dafür muss man nicht mal Jura studiert haben, dafür reichen die Grundrechenarten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das ist kein Einzelfall. Ich könnte jetzt auch auf das Ruhrgebiet eingehen. Schauen Sie sich mal die Größe der Wahlkreise dort an. Das, was Sie hier machen, dieser kompetitive Vergleich der Wahlkreise, der verzerrt dramatisch den Wert der Stimmen. Und das werden wir so nicht mitmachen. Wir wollen den Wert der Bürgerstimme in den Wahlkreisen erhalten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ein zweites Beispiel führt uns nach Brandenburg. Dort ist Ihr SPD-Kollege Hannes Walter in seinem Wahlkreis knapp erfolgreich gewesen vor der AfD. Mit 25,4 Prozent für eine Hauptstimmdeckung hätte das in Ihrem System aber natürlich nicht gereicht. Die Kruxis aber wäre Ihr Herr Walter ein parteiunabhängiger Bewerber gewesen, hätte er mit exakt derselben Zahl an Stimmen den Einzug in den Deutschen Bundestag geschafft. Also kann man nur sagen, wer als SPD-Bewerber in Ihrem Modell gegen die AfD gewinnt, muss zu Hause bleiben. Wer es als Unabhängiger mit nur unter 30.000 Stimmen schafft, zieht in den Bundestag ein. Das hat keine Logik, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir müssen sagen, das Grundgesetz will eine Sonderstellung der Parteien und keine Diskriminierung. Auch das werden wir verfassungsrechtlich überprüfen lassen. Und zur Wahrheit gehört, Sie stehen vor der Wahl. Sie können das alles wegwischen und mit Ihrer Mehrheit durchstimmen. Sie haben geradlinige Abweichler in Ihren Reihen. Das wird kompensiert durch die Linken, die das Danäher-Geschenk einer unveränderten Rundmandatsklausel bekommen und sicherlich auch dankend durch die AfD, deren Modell Sie ja großzügig übernommen haben. Aber seien Sie ehrlich, machen Sie sich ehrlich, widmen Sie sich diesen verfassungsrechtlichen Bedenken. Wir haben Kompromissbereitschaft. Und Sie sollten die nicht nur zum Schein hier vortragen. Herzlichen Dank. Wir freuen uns auf die Beratung im Ausschuss. Als Nächstes erhält das Wort Ulle Schaus für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit dem hier und heute vorgelegten sehr guten Vorschlag für die dringend notwendige Verkleinerung des Bundestages legen wir als Fortschrittskoalition eine Lösung für eine Reform des Wahlrechts vor, die auf Dauer die gesetzliche Sollgröße von 598 sichern, die Handlungsfähigkeit des Parlaments und das personalisierte Verhältniswahlrecht konsequent beibehalten wird. Die Details wurden schon erläutert. Unbestritten war das ein großer Kraftakt in sehr guter Zusammenarbeit mit unseren Sachverständigen aus der Wahlrechtskommission und natürlich mit den Mitarbeiterinnen der Fraktionen, die in einem beachtlichen Tempo das geschafft haben, was ihnen von der Union seit Jahren nicht gelungen ist. Ein tragfähiges Ergebnis, einfach und fair, das bereits jetzt schon ein breites, positives Echo erzeugt. Damit halten wir nicht nur das Wahlversprechen ein, den Bundestag zu verkleinern. Wir haben uns gewagt, die Auswirkungen der Verkleinerung und weniger Abgeordnete auf alle Parteien zu verteilen. Das ist fair. Und das ist der große Unterschied zu dem, was wir in den letzten Jahren immer wieder von Ihnen, von der CDU und vor allem von der CSU erlebt haben. Jeder Ihrer Vorschläge war unausgewogen und hatte nur eines zum Ziel, die Vorteile für die Union zu sichern, auf Kosten aller anderen Fraktionen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Kommission haben wir erlebt, dass die CDU beim Wahlalter 16 unbeweglich geblieben ist. Die CDU in NRW ist in der Tat deutlich weiter. Besonders ablehnend war aber ihre Haltung in der Debatte um die Parität, mit der wir endlich den Frauenanteil im Bundestag wirksam erhöhen können. Hier können wir leider auch noch keine Einigkeit mit der FDP herstellen. Darum gibt es bisher keinen Vorschlag für ein Paritätsgesetz, das wirksam und spiegelbildlich zur Gesellschaft zu mehr Frauen in diesem Parlament führen würde. Aber ich sage in aller Klarheit, nach Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz ist unser politischer Auftrag, die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu fördern und auf die Beseitigung der bestehenden Nachteile hinzuwirken. Genau das fordern sehr viele Frauen und alle Frauenverbände in diesem Land. Wir Grüne, SPD und Linke sind da klar. Es ist an der Zeit, dass Frauen gleichrepräsentiert sind im Bundestag und überall. Erlauben Sie eine Zwischenfrage? Mit Frauen aus allen demokratischen Fraktionen sind wir jetzt in einem intensiven Austausch. Ein paritätisch besetztes Parlament bildet nicht nur eine gleichberechtigte Gesellschaft ab und ist Vorbild und Ermutigung für junge Frauen. Es ist ein Teil des gesellschaftlichen Fortschritts, dem wir uns verschrieben haben. Alle sehen den positiven Impact feministischer Außenpolitik. Dieser Geist muss auch in dieses Haus einziehen. Der Auftrag des Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz ist klar formuliert. Dem dürfen Sie sich nicht mehr verweigern. Vor über 100 Jahren haben Frauen ihr Wahlrecht erkämpft. Die Parität wird der nächste Sprung. Sie sollten alle mitspringen. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion erhält das Wort Detlef Müller. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Heute diskutieren wir hier im Deutschen Bundestag über keine Kleinigkeit. Es geht um eine der zentralen Fragen in unserer Demokratie. Wie wandeln wir Wählerstimmen, also den politischen Willen der Bürgerinnen und Bürger, in unserem Land ganz konkret in politische Mandate um? Im Bundestagswahlkampf 2021 hatten die Chemnitzerinnen und Chemnitzer in meinem Wahlkreis vier große Forderungen an mich herangetragen. Setzt bitte den Mindestlohn auf 12 Euro, kümmert euch um die Rente, baut unser Gesundheitssystem ordentlich aus und verkleinert bitte den Deutschen Bundestag. Er ist zu groß geworden. Und die Bürgerinnen und Bürger haben recht, der Bundestag ist zu groß geworden. Bei einer eigentlichen Regelgröße von 598 Abgeordneten zogen 2013 631 Abgeordnete ins Hohe Haus ein. 2017 waren es dann schon 709. Und nach der letzten Wahl im Jahr 2021 haben die Überhang- und Ausgleichsmandate zu einer Größe von 736 Abgeordneten geführt. Eine weitere Vergrößerung ist, natürlich abhängig vom nächsten Wahlergebnis, bei der nächsten Bundestagswahl durchaus möglich. Folgen? Ganz abgesehen von den finanziellen Aspekten leidet die Arbeitsfähigkeit unseres Hohen Hauses. Raumprobleme, Redezeitbeschränkungen in Ausschüssen und bei Anhörungen. Und mit dem vorliegenden Gesetzentwurf der Ampelkoalition wirken wir dem konsequent entgegen. Wir begrenzen zuverlässig die Größe des Deutschen Bundestags. Und zwar tun wir das, ohne Wahlkreise abzuschaffen und damit auch die verbleibenden Wahlkreise noch mehr zu vergrößern. Und wir erhalten den verfassungsmäßigen Grundsatz unseres Wahlsystems, dass das bundesweite Wahlergebnis direkt und auch nachvollziehbar in Mandate umgerechnet werden muss. Wenn bundesweit 25,7 Prozent der Bürgerinnen und Bürger die Partei XY gewählt haben, erhält XY dann auch eine dementsprechende Anzahl von Mandaten bzw. Sitzen hier im Parlament. Klingt gerecht? Ist es auch. In den letzten Legislaturperioden wurde bereits viel über Wahlrechtsänderungen diskutiert und auch einige Anpassungen und Neuregelungen vorgenommen. Allein am Grundproblem des immer weiter wachsenden Bundestags hat es nur wenig ändern können. Die Kritik aus Gesellschaft, der Wissenschaft und den politischen Kommunaltern blieb durchgehend bestehen. Das Parlament besetze nicht die Kraft und den Willen, eine ordentliche und richtige Reform durchzuführen. Die Parteien werden sich wohl kaum die eigenen Mandate reduzieren. Ganz nach dem berühmten Zitat, wer den Sumpf trockenlegen will, darf die Frösche nicht fragen. Doch wir haben den Willen und den Mut und auch die Kraft aus der Notwendigkeit heraus. Und wir machen das mit der vorliegenden Wahlrechtsreform. Und ja, das bedeutet allerdings auch, dass einige Abgeordnete in Ost-, West-, Nord- und Süd ihre Mandate zur nächsten Bundestagswahl verlieren werden, Herr Amthor. Es ist ja nett und auch durchschaubar, dass Sie sich als Listenabgeordneter so sehr um SPD-Direktwahlkreise kümmern. Aber eine Verkleinerung von aktuell 736 auf eine Regelgröße von 598 hat eben genau diese Konsequenz. Und es betrifft aufgrund des neuen Wahlrechts eben alle Parteien im Verhältnis gleich. Klingt gerecht? Ist es auch. Der vorliegende Entwurf ändert nichts an der grundsätzlichen Mandatszahl, die jedem Bundesland zusteht. Er schränkt die regionale Repräsentation der Bundesländer also nicht ein, nicht in Bayern und auch nicht in Ostdeutschland. Es wird aber verhindert, dass einzelne Bundesländer und Regionen durch Überhang- und Ausgleichsmandate deutlich stärker repräsentiert sind als andere. Und durch die neue Hauptstimme wird dadurch der Grundsatz der gleichen Bedeutung jeder Stimme gestärkt. Klingt gerecht? Ist es auch. Meine Damen und Herren, zum Schluss der Dank an die Kolleginnen und Kollegen der Ampel-Fraktion, Bündnis 90 die Grünen, FDP, meiner Fraktion, auch bei den vielen Sachverständigen, die an dem Gesetzentwurf gemeinsam mitgearbeitet haben. Und es ist gut und es ist höchste Zeit, dass wir damit jetzt das parlamentarische Verfahren starten. Vielen Dank. Nächster Redner ist Michael Frieser für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Also, je lauter man ruft und pfeift im Wald, desto wahrer wird es nicht. Herr Kollege Müller, Sie vertreten die Stadt Chemnitz. Schön, interessant, Ihre Heimat. Und Sie haben, entschuldigen Sie bitte nach diesem Ampelvorschlag, keinerlei Sicherheit, keinerlei Vorstellung, ob jemals Ihre Stadt noch vertreten sein wird. Das ist das Wabong-Spiel, auf das uns diese Ampel hier führt. Das ist die Wahrheit. Und je mehr Sie... So viel zum Thema Stil, so viel zum Thema Stil, der immer gern bedient wird. Das ist eine Folge dieses eingebrachten Wahlrechts dieser Ampel. Es gibt im Urheberrecht kein Böse, Schlecht oder Gut. Und dass hier urheberrechtliche Ansprüche geltend gemacht werden, ist durchaus nachzuvollziehen. Eine zweite Frage, die Sie nicht beantworten können. Sie schwören hier Stein und Bein, Sie würden 598 Größe des Deutschen Bundestages erhalten. Das können Sie gar nicht nach Ihrem eigenen Entwurf. Was ist denn mit dem Antreten parteiunabhängiger Kandidaten, die nicht gedeckt sind? Sie können das gar nicht unterbringen. Im Ergebnis geht es darum, weil Sie den Stil immer so gerne bemühen. Das gab es noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, dass jemand in eigenen Angelegenheiten sein Wahlrecht als komplette Reform vor der nächsten Bundestagswahl macht. Selbst wir haben das versucht, in zwei Teilen zu machen. Und jetzt muss ich schon mal an die Selbstachtung appellieren. Jahre lang waren hier die Grünen, war hier die FDP, haben uns malträtiert mit der Reduzierung auf 250 Wahlkreise, weil der Wahlkreis aus Ihrer Sichtweise überhaupt überbeschätzt war. Er war überhaupt nicht das, was die Demokratie im Wesentlichen ausmacht. Heute klingt das Ganze, ich bewundere Ihre Wendigkeit, heute klingt das Ganze total, das ist wirklich absolut anders. Wir haben die Frage des Entgegenkommens, das übrigens, das darf ich hier sagen, anscheinend gar nicht gewollt war, versucht zu einem Kompromiss zu führen, um deutlich zu sagen, ja, man kann auch durch die Frage von Wahlkreisreduzierung die Wahrscheinlichkeit von entstehenden Überhangmandaten etwas reduzieren. Was Sie mit Ihrer Wahl hier machen, die Sie komischerweise, euphemistisch einfach Kappung nennen, Sie ist gegen das direkte Element der Wahl, Sie ist gegen die Frage der Gleichheit, Sie ist gegen die Frage der Unmittelbarkeit der Wahl. Warum? Gerade, Herr Kollege Müller, bei den großen Städten, warum sind große Städte besonders im Feuer? Weil Sie natürlich knappere Ergebnisse haben, es gibt mehr Kandidaten, Sie sind heißer umkämpft. Deshalb wird jetzt, das ist die wesentliche Folge dieses Entwurfs, durch Schreien wird es nicht besser, die wesentliche Folge dieses Entwurfs, dass es schwieriger wird, natürlich gewollt, in Städten Wahlkreise zu erringen, weil Ihre Ergebnisse naturgemäß ein Stückchen unter dem Landesschnitt liegen. Und das bedeutet am Ende des Tages nicht nur ein West-Ost-Gefälle, nämlich dahin, dass der Osten weniger Mandate, weniger Abgeordnete, weniger Wahlkreisabgeordnete haben wird, sondern auch die großen Städten müssen sich umschauen. Die Vertretung der Heimat der Bürgerinnen und Bürger vor Ort, das Interesse der Bürger, das wird geopfert einem Proporzgedanken, der insgesamt in den Parteizentralen in Berlin entschieden wird. Und wenn Sie am Ende des Tages genau darauf hinaus wollen, dass Sie Ihren Angriff auf das System der Wahl wirklich diesen parteipolitischen Erwägungen unterordnen, dann muss man sagen, hat das mit Wahl eben gar nichts mehr zu tun. Eine abgegebene Stimme in einem Wahlkreis in Deutschland ist keine Empfehlung, ist kein Ich-könnte-mir-gut-vorstellen-das, sondern es ist eine Wahl. Sie rufen Menschen auf zu einer Wahl, die dann auch den für Sie wichtigsten, stärksten Kandidaten herauspicken. Die sagen, der besitzt mein Vertrauen. Und was Sie noch tun, ist, dass Sie zu einer einheitlichen Stimmabgabe zwingen, weil natürlich, wenn ich die Chancen meines Kandidaten mehren will, muss ich denknotwendig nicht nur meine Erststimme und auch die Zweitstimme oder jetzt auch Hauptstimme nach diesem Entwurf dort abgeben, weil alles andere würde seine Chancen tatsächlich schmälern. Das engt den Vorgang auf eine gedankliche Art ein. So kann man nur aus der Berliner Blase denken. Und ich sage Ihnen nur, wenn Sie diese Axt an die Grundlage der Demokratie legen, machen Sie einmal, dass Sie die Menschen zu einer Wahl aufrufen, bei der am Ende kein Ergebnis zu zeitigen ist. Sie bekommen keinen Kandidaten. Und Sie können überhaupt nicht sagen, ob eine regionale Vertretung gewährleistet ist oder nicht. Auf jeden Fall nicht nach diesem Entwurf. Mein letzter Hinweis. Ich hoffe sehr, dass die Linken sich von ihren rechtlichen Beratern diesen Entwurf wirklich haben, auch im Einzelnen darlegen lassen. Denn die Gefahr, die bei diesem Entwurf besteht, geht vor allem zum Thema der Linken. So zu tun, als ob man die Grundmandatsklausel erhalten würde. Aber die Frage, wer am Ende in dieses Parlament einzieht, ich kann nur warnen. Aber bei dieser Mehrheitsfindung wird es darauf hinauslaufen. Selbst akzeptiert man, dass man die Stimmen von der AfD noch mitdenkt. Ich kann nur sagen, das ist am Ende des Tages eine Reform, die wirklich dem Wahlrecht und der Bürgerinnen und Bürger nicht würdig ist. Nächste Rednerin ist für die SPD-Fraktion Svenja Stadler. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Gäste auf den Tribünen und eben auch an den Bildschirmen! Seit nunmehr neun Jahren diskutiere ich immer wieder auch die Wahlrechtsreform mit. Und zwar mit dem Ziel, dass wir ja den Bundestag verkleinern, auf die gesetzlich vorgeschriebene Größe von 598 Mandaten. Und Herr Amthor, Sie haben ja gerade ein paar Beispiele, gerade von der SPD auch genannt. Wissen Sie was? Wir wissen darum, und wir stellen unsere Einzelinteressen zurück, zum Wohle der Menschen und der Bürgerinnen und Bürger. Das müssen Sie erst noch lernen. Und dann auch sehr spannend, der letzte Satz von Herrn Heveling fand ich total spannend. Der sagte ganz zum Schluss, die erste Stimme ist Bürgerstimme. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, für uns sind beide Stimmen Bürgerstimmen. Und jedes Mal bei dieser Debatte geht mir echt der Puls hoch. Jedes Mal bei der Wahlrechtsreform, wenn es dann um Direktmandate und Listenmandate geht. Wissen Sie, ich bin 2013 und 2017 über die Landesliste eingezogen, Niedersachsen. Großartiges Bundesland übrigens. Und 2021, dann habe ich das Direktmandat geholt. Aber an meiner Wahlkreisarbeit hat sich gar nichts geändert. Ich kümmere mich um die Menschen vor Ort, um ihre Anliegen und ihre Sorgen. Ich erkläre und diskutiere die Beschlüsse, die wir im Deutschen Bundestag gefasst haben. Und für mich als SPD-Mitglied natürlich auch die sozialdemokratische Politik, die ich vermittel. Und ich bin das SPD-Gesicht vor Ort. Und deswegen sage ich Ihnen allen hier, im ersten Schritt ist es die Partei, weshalb wir hier sitzen. Die Partei nominiert uns doch als Kandidatinnen und Kandidaten. Und stellt die Listen auf. Und ehrlich, die Partei, ja, genau. Und meine Partei ist auch für mich dann gleich die DNA. Die Partei ist unsere DNA und ist unser Kompass. Und deswegen ist es richtig, dass wir als Zweitstimme jetzt die Hauptstimme haben. Und das ist die Parteistimme. Das ist gut so, das stärkt die Partei. Und dann kommt die Wahlkreisstimme. Denn, ehrlich gesagt, wir brauchen mehr wir und weniger ich. Und deshalb sage ich Ihnen, es wird jetzt auch endlich Zeit, dass wir das, was wir den Bürgerinnen und Bürgern immer versprechen, auch jetzt endlich einhalten. Daneben dann natürlich die Partei stärken und Einzelinteressen endlich hinten anstellen. Dieser Schritt stärkt die Glaubwürdigkeit und auch das Vertrauen in die Politik. Da bin ich fest von überzeugt. Und deshalb ganz ehrlich, lasst uns nicht mehr lange schnacken. Mutig sein, anpacken, umsetzen, fertig. Geht ganz einfach und tut nicht weh. Vielen Dank. Das Wort erhält unser fraktionsloser Kollege Stefan Seidler. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, moin. Nun war das auch an der Tit, so würden wir das auf Plattdeutsch sagen. Es wird Zeit, und ich bedanke mich bei den Kolleginnen und Kollegen der Regierungsfraktionen, die einen sehr einschneidenden, aber für uns alle gleichermaßen einschneidenden Reformentwurf für das Wahlrecht vorgelegt haben. Hervorheben möchte ich natürlich unsere Minderheiten und Regionalparteien, Herr Kuhle, durch diesen Entwurf auch weiterhin in einer der wichtigsten Normen unserer Demokratie gerecht berücksichtigt werden. Das tut unserer Demokratie gerade in diesen Zeiten gut. Denn eine gesunde Demokratie wird immer am Umgang mit ihren Minderheiten gemessen. Hier wurde etwas vorgelegt, worauf einige schon nicht mehr gehofft haben. Das Verhindern eines weiteren Anwachsens des Bundestages, ohne die Anzahl der Kreise zu reduzieren. Eine Reduzierung der Wahlkreise wäre die einzige realistische Alternative zu dieser Reform. Wir hätten damit weniger und somit viel größere Wahlkreise. Dies wäre für die Verbindung von Wählenden und Gewählten, besonders in ländlichen und weitläufigen Wahlkreisen, ein Rückschritt. Sehr gut, dass wir das noch mal machen. Als ein Vertreter einer solchen Region besorgt mich aber in diesem Entwurf die Möglichkeit, dass einige wenige ländlich geprägte Wahlkreise in Zukunft keinen Vertreter oder eine Vertreterin in diesem Parlament haben werden. Was mich aber umso mehr wundert, dass in Bayern ja jetzt ein Festklebeverbot gilt, und komischerweise klebt sich die CSU hier an ihren blauen Stühlen fest. Wahlrechtsreform ist keine Nabelschau. Deshalb finde ich es ebenfalls schade, dass das Wahlrecht auf 16 Jahre nicht geändert wurde. Und wir alle, vielleicht Sie nicht dort am rechten Rand, aber ich denke, wir alle in unseren Parteien kennen Menschen, die in unseren Kommunalparlamenten vertreten sind, die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sind, die hier Steuern zahlen, die hier arbeiten, die hier leben, aber keinen deutschen Pass haben und deshalb zur Bundestagswahl nicht wählen dürfen. Ich würde mir auf jeden Fall auch ein Ausländerwahlrecht wünschen. Diese Wahlrechtsreform ist dennoch der wichtige Weg. Ich danke Ihnen. Und letzter Redner in dieser Debatte ist Dirk Wiese für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Kolleginnen und Kollegen! Zum Abschluss dieser Debatte möchte ich für die Ampelkoalition noch mal unterstreichen. Wir haben uns im Koalitionsvertrag darauf verpflichtet, eine richtige Wahlrechtsreform vorzulegen. Wir wollen eine mutige Wahlrechtsreform vorlegen. Und das, was wir heute als Gesetzentwurf, als fertigen Gesetzentwurf der Ampelkoalition hier auf dem Tisch sehen, da steckt viel Herzblut drin, da steckt viel Austausch und Arbeit drin. Und das ist eine mutige Reform. Und diese war in den letzten Jahren nicht möglich. Dafür braucht es erst diese Koalition in diesem Land. Und was steckt eigentlich in dieser Reform drin? Ich will es mal einfach machen an einem Beispiel. Die heutige Zweitstimme, die zukünftige Hauptstimme, das ist diejenige, die entscheidet, wie groß der Bus ist, mit dem die einzelnen Parteien nach der Bundestagswahl nach Berlin fahren. Und die aktuelle Erststimme, die zukünftig auch anders heißen wird, die entscheidet darüber, wer in diesem Bus mitfahren darf. Und wenn es die Sonderkonstellation eines Überhangmandates gibt, und das ist in 90 Prozent der Wahlkreise nicht der Fall, dann ist es die Situation, dass die Kolleginnen und Kollegen nicht mit nach Berlin fahren können, weil der Deutsche Bundestag die Zusammensetzung der Größe entscheidet sich nach der Zweitstimme. Und das bringen wir auf den Weg. Das ist relativ simpel und verständlich. Und ich habe auch in den Debattenbeiträgen gerade aufmerksam zugehört. Und ich will das hier noch mal sagen, weil ich finde das schon schade, dass Alexander Dobrindt als Beispiel auch heute bei der Debatte nicht dabei ist. Das mag Gründe haben. Aber, und da gucke ich rückblickend auf die Große Koalition, und das muss man noch mal deutlich aufsprechen. Und, Herr Amthor, befreien Sie sich aus der Geiselhaft der CSU. Die CSU-Landesgruppe war es, die Norbert Lammert vor die Wand hat fahren lassen, die Wolfgang Schäuble hat scheitern lassen. Befreien Sie sich aus dieser Geiselhaft. Sie wollen doch auch eine richtige Wahlrechtsreform. Machen Sie da mit. Heben Sie den Fraktionszwang bei Ihnen auf. Ich glaube, das kann vorangehen. Und ich sage Ihnen, dass Kolleginnen und Kollegen Ihrer Fraktion ja auch viel weiter sind. Ich habe in der Schwäbischen Zeitung gelesen, Axel Müller, CDU Baden-Württemberg, der gesagt hat, ich halte diese Wahlrechtsreform der Ampelkoalition für nicht verfassungswidrig, und ich halte sie für die bessere Lösung als die Vorschläge meiner eigenen Fraktion. Das ist mutig. Mehr davon. Befreien Sie sich von der CSU. Ich kann das nur noch einmal unterstreichen. Und, sehr geehrter Kollege Amthor, jetzt haben Sie gerade das beste Beispiel gebracht, Judex non Calcula. Sie haben gesagt, die SPD in Bremen bräuchte 16.500 Zweitstimmen mehr, um eine Zweitstimmendeckung zu machen. Das ist falsch. 3.500 Zweitstimmen muss man zusätzlich machen. Sie haben gezeigt, dass Rechnen nicht die Stärke der Juristerei ist. Finde ich sehr schade an dem entscheidenden Punkt. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Und das will ich auch zum Schluss sagen. Die Zeit, wo Sie auf den harten Bänken der Opposition sitzen, die werden auch über 2025 hinausgehen. Die SPD wird stärker abschneiden 2050 als beim letzten Mal. Darum werden die Kolleginnen, um die sich Sorgen machen, auch wieder dem Deutschen Bundestag angehören. Die Ampelkoalition wird dieses Land auch weiter regieren. Und diese Reform bringen wir auf den Weg. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 53, 70, 53, 60, 53, 53, 58, 53, 57 und 53, 56 an, die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir auch so. Ich bitte um einen recht zügigen Sitzplatzwechsel. Da ich Ihnen ja eben durchaus mal die eine oder andere Sekunde mehr gegeben habe, müssen wir jetzt auch wirklich zügig weitermachen, damit sich das nicht zu sehr nach hinten ausdehnt. Ich rufe an.